So, da bin ich wieder. Ich komme gerade vom Daniel. Wir haben ein neues Let's Play angefangen, Conker's Bad Fur Day. Will ich jetzt nur mal so announcen, bevor ich jetzt hier weitermache. Naja, für die, die Conker nicht kennen, das ist ein Eichhörnchen, aber kein normales Eichhörnchen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ne, das ist ein alkoholabhängiges, geldgeiles, gewaltbereites, leicht perverses Eichhörnchen. Und ja, also das Spiel ist sehr lustig. Ich empfehle es euch. Schaut es euch an. Ja, und jetzt wollen wir erst mal hier weitermachen mit Squawks Ride. Ha, dachte ich mir doch, dass der von Donkey Kong ist. Hui, Pils! Kannst du auch diese Kokosnüsse schießen? Nein, aber kannst nicht drehen. Ah, doch, kannst du. Haha, ist ja cool. Jetzt doch da runter. Stirb! Hihi, save! Flop! R! Kotz, kotz! Ach ja, die ersten fünf Teile von Conker, wie gesagt, sind schon... Ah, aufgenommen! Und ja, es hat sehr Spaß gemacht. Es ist ziemlich ausgeflippt. Spuck! Blüme! Wieso spiele ich eigentlich dieses Spiel immer in der Nacht? Ja, das ist wirklich interessant, dass die Level jetzt zwar in Sachen Spannung nicht, aber ich mag diesen dummen Papagei, der mir irgendwie am Kopf hängt. Und ich hasse Wespen. Stirb! Wenn ich sie treffen würde. Ich will auch einen Kokosnuss kotzen, einen Papagei, der mir aus dem Kopf wächst. Verdammt. Ihh! Spuck! Na? Ich hoffe mal, es stimmt, was ich hier mache. Hm. Röhre! Wer hätte es gedacht? Hihi! Ja, ist ja gut! Ach, jetzt darf ich wieder dieses dumme Ding machen, was ich nicht verstehe. Piep! Na, komm her! Habe ich es geschafft? Ja! Ich habe es mal geschafft! Hihi! Anfänger! Hallo, Bowser! Scheiße! Aber immerhin! Hihi! Nein! Ich will nicht! Kommt her! Bim! Das ist irgendwie witzig. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich drücken muss. Ich habe einfach alles gedrückt, aber... Mace Cave 1. Pfff! Oh! Ah! Yoshi's Island wieder! Zieh! Oh Jesus! Ach, ich sehe kaum, das wird noch mit Spaß. Kann ich die Dinger nehmen? Das wäre ja noch mehr. Nein, kann ich nicht. Kann ich da rein? Nein! Ach Gott. Irgendwas sagt mir, dass das keine gute Idee wäre und ich dieses Ding hier brauche. Äh! Oh! Beweg dich! Die Rohre machen komische Geräusche. Schuss! Ich laufe jetzt einfach mal durch. Okay. Die Kisten fliegen tief. Ähm. Gut. Ach Gott, oh Gott. Huch! Nein, nein, nein! Ja, okay. Ich glaube, das Kisten ist keine gute Idee. Ui! Und nochmal. Düm, 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 düm. Wie gruselig. Ach. Äh. 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 Was ist denn hier los? Hm. Hm. So. Das hier runter. Das. Hm. Hm. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nochmal her muss. Hm. Ich fange safe. Rechts vor links. Äh. Uuuuh. Okay. Ich habe noch genug Zeit. So. Jetzt halt nochmal. Diesmal nehme ich den linken. Hui. Ähm. Okay. Deal. Ich schwöre mich nicht. Hm. Das Level hat aber zwei Ausgänge. Ich frage mich, was der andere war. Ah, okay. Der war ganz am Anfang. Zu sehen war nämlich schon. Hm. Naja. Roten Switch Palace habe ich auch nicht. Ach, egal. Iggy the Crazy. Ja, stimmt. Der ist wirklich crazy. Aber ich finde Iggy toll. Iggy ist super. Neben Lemmy. Lemmy und Iggy. Ah. Hallo, Squawks. Hallo, Cooper. Wo kommst denn du her? Unsichtbare Feuerblume. Hm. Tschüss. Servus. Das war nur ein Test. Genau wie das. Ah. Jetzt weiß ich, wofür ich den roten Switch Palace vielleicht gebraucht hätte. Uh. Verdammt. Oh je, das wird hier wahrscheinlich noch ein ziemlicher Spaß. Grüß Gott. Ich möchte hier bitte einmal vorbei. Ich bin nüßiger. Darf ich? Doink. Servus. Oh, wackel mit dem Hintern, du sexy Klempner. Uh. Äh. Das schaut zumindest nach einer Plattform aus. Irgendwo hier ist ein Wump. Doink. Aus dem Weg. Hm. Warte mal. Warte mal. Ähm. Gut. Ich nehm den herkömmlichen Weg. Aber nicht den. Ah. Ich hätt echt den roten Switch Palace gebraucht. Squawks, wie wär's, wenn du dich mal umdrehst, du fetter dummer Papagei? Äh. Blindschirm. Wow. Hä? Ich will ne Feder. Wo kommt dieser Feuerball her? Wo kommt dieser Feuerball her? Wieso fall ich da runter? Äh. Hm. Hopp. Fett. Weg. Weg. Ksch. Hopp. Weg. Hui. Safe. Hm. Welche Mülle, die muss ich aber nimm. Aaaaaah. Safe Game Abuse. Aber das ist mir scheißegal. Hm. So. Auch mal was zu Spaß. Guck mal. Uh. Ha. Nicht mit mir. Uh. Sag mal. Hm. Schaut so verdächtig aus. You know what? So, I've had it. So, dare you to use me like this? I'm tired of doing things you way. Prepare to defend yourself. Na gut. Ey, du blöder, schwuler Papagei. Komm her. Außerdem bist du mir gefolgt, du dummes Vieh. Ah. Ah. Voll nicht, du dummes Ding. Nein, ich will das mal ausprobieren. Ich will das jetzt wissen. Ah. Ohne Worte. Schuss. Comic. Iggy. Iggy ist toll. Ich will auch Iggy dafür daheim. Und Lemmy. Hui. Nice. Hallo, Karnik. Geh weg. Hui. Hui. Dum. 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 Grüß Gott. Schuss. Ah. Ja. Ha. Der lernt's einfach net. Nee. Mh. 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 Ah, da hab ich jetzt kein Bock drauf. Klopf. Ii. Ey. Ah! Geht's noch? Iggy! Hä? Iggy! Ach, ich seh schon kaum, was ich machen muss. So, trifft er? Ja. Hihihihi. Ey, was? Ja, ich glaub, das war richtig. Wind. Ah, Feuerball. Nicht gut. Ah, das wird noch Spaß. Ne. So, das dürfte treffen. Das hat getroffen. Hm. War das richtig? Ah! Das bringe ich nie in einem Video unter. Wieso zum Teufel bin ich so dumm? Ich liebe es zu failen. Das ist einfach toll. Da. Das war klar. Ja! Ich hoffe mal, ich muss dich nur dreimal treffen oder so. Huh! Ich hab hier voll die Slalom-Künste, hey. Wua! Und wupf! Waha! Ja, das war natürlich klar. Da. Haben wir's, haben wir's, haben wir's! Safe! Ich benutze ziemlich viele Safe-States. Aber das isst mir... Salami! Bumm! Bumm! Puff! Ja! The crazy one! Ich seh, wenn das wird ein... Omelette für eine Armee. So, wo kommen wir jetzt hin? In eine Röhre. Was haben wir hier? Dread Homing Bill. Na gut, das nehmen wir auch mal in Angriff, denke ich mal.